Jola der einem bombastischen Montag lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bad Wars, zusammen mit den Cube Crafter. Guten Tag. Guten Tag. So und wir spielen heute auf einer neuen Map. Ich hab keine Ahnung wie die heißt. Ich glaub die heißt... Ne doch nicht. Ich glaub die ist Royal. Nein die heißt doch Royal. Royal ja ja ja. Und die heißt... Ah nee doch nicht. Ah nee doch nicht. Ah ja ja. Das war doch gar nicht Royal. Gar nicht so schlau. So und äh... Das sind immer diese Gammler, die da so hinter hängen. Ah schlatschig. Ohohoho. Hast du gegeben? Gegeben? Der gibt's nicht. Ich war so richtig mies. Ja und wir wollten eigentlich was anderes spielen, aber jetzt spielen wir das hier. Ja weil die Endergames sind aber voll im Spanns. Ja wir drücken 10 Minuten vorher und dann sind wir 20 Minuten später in den Endergames Dingern drin. Was voll falsch. Wieso? Das ist richtig. Vor allem bei Bad Wars kann man auch voll was falsch machen, man. Ui. Ui. Meins. Mein Gold. Alter. Nein. Du misset. Du blaue misset, man. Du blaue misset. Du blaue misset. Ohoho. Hast du dem gegeben? Habe ich dem gegeben? Habe ich dem gegeben? Oh my god. Als ob du jetzt nur zwei Gold hast. Ist hier überhaupt Eisen? Alter was ist so denn von einem Missgeburt? Ich weiß nicht ob hier Eisen ist. Nein. Sieht nicht so aus. Ich finde das voll nutzlos. Ich gebe dem hier voll und so, doch hat er gesagt, ich schwöre. Alter, mein Freund Moritz. Nein, nicht was zum Mann sagen. Freund hat. All meinen Klassen kann man hat. Moritz. Das ist so richtig lustig. Der hat einen eigenen Server, ne? Ja. Und der hat da halt so, äh, wir spielen halt so, haben schon in Ender Drachen besiegt und so, ne? Und der ist so richtig, der hatte die Konsole, ne? Mhm. Und Nils und Moritz gehört halt der Server. Die mieten ihn halt so bei Nitrado für vier Euro. Da konnten nur noch vier Leute drauf. Ist auch nicht knusprig. Aber ist halt nur für private Zwecke. Ja, ja. Und auf jeden Fall, das ist so richtig lustig, wie der dann immer so am ausracen ist. Ausracen? Ja. Und der, der macht halt immer so, ich hab die Konsole, ich hab die Konsole, ich kann nicht bannen, ich kann nicht bannen. Und einfach nur, wenn, einfach nur weil ihn jemand getötet hat, ne? Kommt der so an und meint so, und rastet so richtig auf. Oh, ich brauch ein viertes Gold. Und so, sagt dann immer so, ähm, oh Mann, sagt dann immer so, ich kann nicht auch bannen. Und so. Vor allem, das ergibt einfach keinen Sinn, weil ich mein, ganz echt, auf dem Server tötet man sich halt. Und dann hat er halt gesagt, erst wollten wir halt in einem Team bauen, ne? Und dann sagt er halt so, nö, ich baue jetzt alleine, baut ihr alleine in meinem Haus. Und dann sagt er, weil wir schon so richtig gut sind, so vier Stacks Diamanten haben. Kommt halt, ich bin halt immer noch mit zwei anderen in einem Haus gewesen. Bin halt in der Wege. Kommt der und sagt, ich will doch bei euch mitmachen. Und wenn nicht, dann schließe ich den Server. So richtig dumm einfach. Und der Bann kneelt's einfach. Also dem gehört halt auch der Server. Jetzt ist es übrigens voll korrekt. Falls du das siehst, Nils, du bist richtig cool. Au. Geh back. Das ist der Beste. Ich bin der Beste. Der Beste. Ich bin jetzt am Schlüssel. Oh Gott. Was war das, Hex? Ich geh direkt. Jo, wie viel hält der aus? Oh. Gegeben. Gegeben. Wir wissen nicht mal, wo das Bett ist. Das ist schlecht. Wir haben keine Blöcke. Gegeben. Äh, wie dumm ist das denn bitte? Wo ist das Bett? Ken I have blocks. Du bist ja auf dem deutschen Server. Du bist ruhig deutsch. Das ist natürlich. Nicht voll frisch. Fuck, Alter. Ist das Bett hier? Oder chillt der einfach da? Ich hab keine Ruhe. Ich glaub, das ist einfach nur... Ja, chillt der nur. Der chillt da. Ui. Ich bin so fabulous. Ich müsste jetzt einfach mal wissen, wo das Bett ist, damit ich irgendwas machen könnte. Ach, hier Eisen ist auf der rechten Seite. Ich weiß doch, hier ist das Bett. Gott. Also wird hier mit Kisten zugebaut werden. Das ist natürlich ganz nice. 15 Eisen ist auf jeden Fall eine starke Sache. Du musst immer mit Kisten zubauen. Hm? Aber auf manchen Apps ist es halt ein bisschen dumm. Surface ist online. Wieso online? Wir sind online. Wir sind online. Was ich so richtig stark finde, ne? Nein. Einfach wie Aaron Hotkey. Ich kann dir so fast gar nicht Hotkey. Du kannst nicht Hotkey. Fast. Fast. Du kannst gar nicht. Ich kann grad noch so ein paar Sachen im Inventar verschieben. Das ist kein Hotkey. Doch. Ich baue mal kurz. Die Gemeinde nützt sich das Bett zu. Joa. Ah ja, und Aaron hat so einen richtigen super Fan. Ja. Wie weißt du? Mattel Köhn. Hey, woher warst du nachnamen von Mattel? Weiß Krübeln. Ich kenne ihn nicht. Ernsthaft kennst du ihn nicht? Ich kenne ihn nicht. Joa. Hex. Ease get wrecked. Get wrecked. Easy. Ich wreck dich, Ease. Wir dominaten richtig älter. Ich geb dir Apacat. Aber ganz böse. Aber ganz böse. Ich sterb zu. Was soll ich Annika eigentlich dein YouTube-Channel verraten? Ist mir scheißegal. Annika, weil's Max dir das verraten hat. Ist mir egal. Annika ist übrigens die blonde, die man sagt. Ah! Welche die mit den gelockten Haaren, oder? Nein. Aber für kein Mensch weiß, worüber wir gerade talken. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Mein nützige Bautreppe. Oh nein, 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 nein. Gib ihm! Ich geb ihm! Ich geb ihm! Digga! Er ist hier richtig am Tor. Guck mal, der gibt ihm. annika sagt nämlich ich gibt ja aber ganz blöd das richtig fies als er sind die blöd ich bin der beste ich brauche das eisen alles echt so schlecht gibt den uppercut aber ganz du gibst ihm aber ja hier war ich schon leute es ist schon nicht schlimm dass ich so gut bin daran ist ein richtiger abgabe ich gebe der abgabe ganz böse ich gebe dir abgabe ganz böse klasenbogen ja ich habe noch mal getroffen ich habe noch mal getroffen schießt die ganze zeit und ich gebe das einfach und an tisch ja das lauda bett ist getroffen er gibt mir aber ganz böse abgabe es geben aber ganz böse weiß ich nicht mache jetzt sturm waffeltaktik einfach und gibt dem uppercut ganz böse sturm waffeltaktik dann muss aber schon die richtige position machen wollte ich gerade sagen lässt sie hier einfach die ist der die akku 3 auf das ist ja ich es gibt es gibt es nicht mehr also muss hier ab und rieche ab und sagen auch dass man gut ist ja nicht noch nur noch weg war das auch max geht es gerade in der aufnahme zu mülleimer professionelle professionelle schnell eine team danke du aussie dass du mir alles macht setze schön sofort jetzt wird das gespielt nein max 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 jetzt wirds kritisch jetzt wird kritisch kommen 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 das auch wie das war sie entschuldigung ich lasse dich noch mal davon gibt ja packen aber ganz böse ganz böse blocken jetzt ist das macht die maus und nein 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 ich schwitze immer auf meiner der hatte so richtig ablagerung auf seiner maus von einer ja von seiner schwitze von meiner folgen von seiner schwitze das brand sich auf schwitze so richtig scheiße ich box den boxing mit aber aber ganz böse ich box den mutter ab 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 gibt dem attac ab sie kommen thank you captain ob wir es aber sind das ein pp schlag der rennt sogar weg von hier also wenn du den jetzt noch geburt geben die abpacken gerade immer mit dem skateboard und longboard fahren ich freie skateboard und longboard aber ich fängt aber er fängt jetzt auch mit skateboarder bei skateboarder einfach viel cooler ist nein das ist nicht gleich gut ich schicke den jetzt richtig skateboard ist kohler ich geb den jetzt einen shaker war das einzige was du nun war ach sooos so ist das das texture pack ist ja richtig nice aber und wieso hast eigentlich kein schädler wieso hast du eigentlich keine schädel uuuh g-w-w-at all eheh eheh nein warte eheh nein warte nein nein komm nein komm 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 ich mach's gut schreibt nein eheh ich gebe dir ein uppercut ich gebe die er ab uppercut ab nein ab aber ganz wir haben jetzt die chance zu machen meine kopfhörer sind rausgefallen die sind ja auch die hast du schon gewollt ich glaube hier dein vater kann es sein das kann sein ich höre nicht nur den vater ich bin den vater du kriegst sie nicht jetzt jetzt nicht ein land ausgleichen kommen die 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 habe ich das ding dann auch ich möchte jetzt kommen wir auf das mikro das ist richtig scheiß bei sowas nein es ist nicht dann richtig setzte ich gehe ich am stichel ich mag nur ikea denn herrnst ikea ja du magst hier schon wieder ein stumper scheiße ja du magst du kriegst du kriegst du fast mein team ist aber auch das beste richtige missgeburt ist geburt ich habe mir mein buch ja übrigens abon macht ja ab 50 abos eine tolle webcam ich meine webcam also 50 abonnenten abonniert meine freunde damit dann bin ich ja auch uns hässliche belohnung genug hey da kommt einer von denen die mit mann keinen bock mehr alter ich habe jetzt war die leute nach einem kleinen katz eben als von wieder mit hozoni so leute jetzt haben wir die hacks aktiviert und sind schon ins shop system damit wir hacken ja wir haben uns also unser setup ist killaura aimbot fastbow criticals und irgendwie sowas wie nennt man das dass du so liefst ja also meine freunde freut euch drauf die goldbefülle aus der rote hin daumen geschossen so warte warte ihr seht schon hier der aimbot wird sehr sehr aggressiv auf auf diverse blöcke wir schon sehen können und ich klicke auch gar nicht das wird man nämlich da ich bin nicht da ihr scheiß schaffen oh nein nein bin ich nicht mal schauen ob wir mit einem bot ein bisschen besser sind und mit hey hex der hatte hex an nein hex mann warte jetzt nicht nicht beschreiben hex bitte kein zeichen spam max alter immer wenn ich irgendwas schreiben will kommt feststellt was aktiviert bitte kein hex schreiben wie wie nicht schach und mart wir haben ja richtig viele pimmeltauer alter guck mal pimmeltauer ja so nennst du das hallo 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 hex was ist das für ein geräusch einfach unser typ hat den getötet ohhhh uuuuuh krieg dich krieg dich würd ich jetzt kiara baumann heißen würd ich sagen hamann ne das sind echte hacks guck mal diese real hacks ab da ist slow down manchenko ich glaub die ronde ist jetzt schon 26 minuten oder so lang alter locker ne stunde alter da ist das bett oder? ne dann fuuuuck tschüss